Ich habe einen neuen Schüler für euch. Er kann sich das Zimmer mit dem Mädchen teilen. Ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen Helden aus, aber Mace weiß wohl, was er tut. Tja, also dann folgt mir. Ihr teilt diesen Raum mit Whisper, einer unserer klügsten Schülerinnen. Sie spielt momentan im Wald, aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen. Aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen. Euer Training beginnt morgen. Zeit zum Aufwachen. Ihr müsst mein Zimmergenosse sein. Hm, kleiner als ich dachte. Ich heiße Whisper. Bin schon seit einem Monat hier. Hatte das Zimmer für mich allein. Aber na gut. Wisst ihr, dass ihr im Schlaf redet? Hört er sich nach einem Albtraum an. Das geht vielen in der ersten Woche so. Manche halten nicht mal so lange durch. Na los doch, jetzt mal Tempo. Der Gildenmeister wartet im Kartenraum auf uns. Ihr wollt doch nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Folgt mir. Hm, der Gildenmeister hatte wohl keine Lust mehr zu warten. Er ist wahrscheinlich auf dem Trainingsgelände jenseits des Flusses. Auf geht's! Okay. Warum redet ihr denn mit mir? Geht runter zum Nahkampfring. Nahkampfring? Okay. Das ist so eine Magier-Gilde, so eine Art, oder wie? Bisschen so aus wie bei Skyrim die Magier-Gilde. Also jetzt nicht ganz so hundertprozentig, aber so eine Art. Aber das ist so eine Magier- Annahmöglichkeit und bedeutende Energien sind Ausdrucksmittel. Diese einfachen Aktionen und Fertigkeiten können auf dieselbe Wahl benutzt werden wie Objekte. Sie erscheinen im Kontext des sensitiven Felds in der untenliegenden Ecke eures Bildschirms. Sie erwähnt werden können. Sie erlangen neue Ausdrucksmittel durch Änderungen von Grundtreiben und Bekanntheit oder auf andere Weise. Hallo mein Junge. Was für ein süßer, kleiner Schatz. Alles klar, Bursche? In diesem Speisesaal wird die Hauptmahlzeiten serviert. Der Nahkampfring ist draußen, im Saal der Brücke. Hm? Okay. Boah. Ein großes Gebäude. Oh Gott. Mace wohnt oben, aber man sollte da nicht drauf gehen. Er ist gruselig. Wo wohnt er oben, hast du gesagt? Die Länge der Reise ist egal. Das Orakel muss beschützt werden. Wieso seid ihr so sicher? Wir brauchen euch vielleicht. Wer weiß, was alles auf uns zukommt. Die Zeichen sind zu stark, um sie zu ignorieren. Und die nördliche Einöde war zu lange von der Gilde isoliert. Dort kann ich viel erfahren. Hoffentlich denkt niemand, dass ihr vor einem Kampf flieht, um dem Tod erneut zu entrinnen. Ihr wisst ja, wie die Leute reden. Das ist mir gleichgültig. Möge der Tod euch verschonen, Mace. Worauf wartet ihr denn noch? Kommt herein! Das war Schnitter. Er war einst ein großer Held, als er noch Fleisch auf den Rippen und Blut in den Adern hatte. Jetzt ist er nur noch eine leere Hülle. Was versteht er schon von den Dingen, die wir entscheiden und tun müssen? Der Schnitter eben, die Synchronenstimme, hat eine ähnliche Rolle in Fahrenheit. Das ist auch ein Videospiel von Quantic Dream. Das ist was ganz anderes, so ein interaktives Abenteuer. Können wir auch mal zocken. Und da spielt er auch das Orakel. Und das ist eine ähnliche Stimme. Oh, das ist geil. Das ist jetzt geil. Das ist richtig geil. Cool. Nein, Junge. Beim Gildenmeister sollt ihr euch melden, nicht bei mir. Ihr könnt jederzeit herausfinden, wo er ist, wenn ihr auf eure Karte seht. Okay. Ja, ich weiß. Ich wollte mich nur umgucken. Aber cool, man kann sich echt viel umgucken. Das lohnt sich wohl auch. Wenn man behältet ist, kann man sich jedenfalls nicht finden. Aber Vorsicht, wenn ihr überhaupt in einem Haus zu stehen habt. Dann. Aber ist er klaut? Warum redet ihr denn mit mir? Oh. Habe ich jetzt geklaut oder nicht? Weiß ich nicht. Aber nur noch. Na gut. Gehen wir wieder runter. Okay. Dann. Wir streiten darüber, ob ich der schnellste Lehrling dieser Gilde bin. Ich bin in 50 Sekunden zur Dämonentür und zurückgerannt. Übertreff das. Was? Da sind wir gekonnt, das Lehrling zu brechen. Oder so gerne. Na gut. Lauft in 50 Sekunden zur Dämonentür und kommt zu mir zurück. 50 Sekunden habe ich gebraucht. Das hat keiner geschlagen. Ich bin in 50 Sekunden zur Dämonentür. Der Teil der Gilde gefällt mir. Die Arkaden sind so still. Anwar Huh? was wenn mein schlimmes bein nicht wäre könnte ich die zeit schlagen ich bin der schnellste gilde leerling der arroganteste seid ihr das steht fest ich bin der schnellst ihr schon wieder letztes mal habt ihr versagt wisst ihr noch na gut lauft in 50 sekunden zur dämonentür und kommt zu mir zurück niemals nicht wieder laufen ok ja ich musste aber die dämonentür das ist die dämonentür ok das habe ich eben absolut nicht gecheckt die dämonentür entdeckt die dämonentür werden gebaut um alle geheimen zu bewahren wenn die dämonentür zufrieden schenken lasst ihr euch besser haben euer weg ist dunkel nur licht offenbart ihn und ihr seid nicht helle genug mhm ok 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 jetzt habe ich jetzt habe ich verstanden ok kann ich nochmal probieren ich habe ja nicht mehr ok jetzt jetzt probiert es aber nochmal warte und tut mir leid ihr seid ja langsamer als meine oma hier schon wieder ja ja na gut lauft niemals nicht ok ok jetzt habe ich jetzt habe ich verstanden ich hätte vorher ja absolut nicht gecheckt wo die dämonentür ist äh und deswegen war ich eben irritiert aber hat dann diesen punkt gesehen war dann aber auch wieder irritiert weil der punkt ja meistens ähm bedeutet auf ok komm aber sehr knapp laufen wir noch nicht im weg das ist erstaunlich das gemacht ich hab meine wette verloren was ja blöd gelaufen äh ok wo ist die andere quest nice cool ok also es ist nicht so es wird also wird schon alles markiert das schon aber muss auch mal ein bisschen so selber noch ein bisschen gucken ja ich bin das ein bisschen von anna man ist irgendwann spielen gewöhnt wie wo ist der denn unten äh wie äh heutzutage das läuft ne in der pg ist es einfach gewohnt ist ja auch gut dass es es anders macht ist ja auch nicht schlimm weil man muss da so ein bisschen es ist ja auch nicht komplex ne man muss doch kurz so ahja so läuft es ok gut äh was hast du ähm hör zu ende der woche muss ich dem gildenmeister einen apfelkuchen backen aber ich finde keine roten äpfel mehr ich brauche nur noch vier mehr wenn ihr genügend findet bringt sie bitte her ich belohne euch dann ähm wer dem helfe äpfel suchen ja äpfel ähm 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 Mh, 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 mal gucken, wo wir Äpfel finden. Aber es sind keine Quests, oder? Na. Irgendwie nicht. Das Video ist jetzt keine Quests. Ich weiß nicht, was ist denn eine Quest für das Spiel? Hast du Äpfel? Da gibt es aber keine Äpfel. Kann man hier abhauen? Da sind die Äpfel hier im, hier im, hier im Gang. Und hier im Hof. Ah, dann möchten wir einen Apfel bauen. Also muss man doch ein bisschen, sozusagen, Silber. Oh, hier ist ein Apfel. Ein Apfel. Vier, vier brauchte ich, ne? Vier, zwei. Hm. Drei. Ach, das ist ja cool. Also man muss sich wirklich mit der Welt so ein bisschen aneinandersetzen, ne? Okay, ist man gar nicht mehr gewohnt. Bin ich ehrlich. Ich bin's nicht mehr gewohnt. Oh, man merkt das richtig. Weil man ist es... Hier. Ich hab vier Äpfel. Ähm. Kann man auch immer, wenn man ein Inventar... In der Fall mal vier. Ähm. Man ist es gar nicht mehr gewohnt. Also ich merke es gerade richtig selber, wie ich das nicht mehr gewohnt bin, mich in der Welt umzugucken. Man ist es, man ist es mittlerweile so gewohnt von neuen RPG-Spielen, RPG-Spielen, dass du halt einfach, äh, Quests, Apfel finden, vier Äpfel, Kreise, Kreisgebiete, renn dorthin und mach das kurz. Dann ist es... Also man ist gar nicht mehr... Dann ist alles eigentlich fast verlernt. Ja, hab ich. Hab ich. Blaubeerkuchen. Ein lächerer Kuchen. Außerdem gesund. Wirst du? Kuchen ist gesund. Soll ich mir auch immer. Wenn ich Kuchen esse. Sehr, sehr schön. Oh, cooles Spiel. Kann man nicht mehr Geld schlafen? Kann man nicht mehr speichern? Ah, ich bin Speyer von selber. Okay. Gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, gut, dann reden wir mal mit dem Geldmeister. Ich sehe, konntet ihr euch von eurem Kissen trennen? Hierher, Freundchen. Also dann. Es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt. Steigt in den Ring. Okay. Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt. Macht weiter, bis ich aufhören sage. Tipp, glätzt es an. Wir sehen die Attrappe an. Um Kreis mit dem Willenstest. Neue Ziel. Drückt die linke Maus aus dem Anzugreifen. Tipp, glätzt es erneut an. Um Ziel, Fixierung aufzuheben. Also, ich kann nur sagen. Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Hier, versucht es damit. Stock. Schaden 20, Verstärkung keine, aktualisiert 5, Gewicht leicht, Volltreffer 0. Kuh, äh, Dr. Kuh, mir den Stock in Herrn zu nehmen, zu Herrn zu nehmen, greift dann die Attrappe an. Wie zuvor, und schlappelige Maus aus dem Zug. Zack, hier, frisst das, frisst das, frisst das. Nice. Ah, so ist es schon besser. Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier, lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen. Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts. Jetzt hebt sie auf. Ihr könnt Erfahrungskugeln aufheben, indem ihr über sie drüber geht, oder drückt und haltet umschalterdienst, um die zu öffnen zu ziehen. Okay. Gut gemacht, Junge. Nun denn, morgen werden wir... Das ist der Alarm der Gilde. Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen. Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings. Quests beginnen. Töte die Käfer den Gildenwald unsicher machen. Belohnung 20... 30 Kopf. Was? Nein. Ihr habt ein Kist einge... Begonnen und eurem Inventar eine Questkarte hinzugefügt. Drückt durch Drücken von F mit der jetzigen Einzelheiten über eure aktuellen Ziele einsehen. Okay. Jetzt die Markierung auf eurer Karte. Das weiß ich. Bekanntheitsbelohnung. Ah, okay. Das ist also ein Gildentraining. Ah, okay. Bekanntheitsbelohnung. Ah, okay. Ah. Ich verstehe. Oh Gott, ja. Okay, komm. Ein Junge mit seinem Stock. Sprügelkäfer kaputt. Gildenwald. Ah, so. So ein bisschen... Ah, es sind so kleine Welten immer, ne? Mhm. Cool. Alles finde ich aber auch schön. Ich finde, warum muss ich immer eine riesen Open World haben. Das geht nicht mehr. Ja, weil es klein ist, was man vielleicht auch gerne sich anguckt. So. Na? Bäm. Number one. Number two. Number three. Oh, da ist keine Männer. Oh. Gib mir die Erfahrung. Ich bin nämlich erfahren. Und keine Großtaten. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen. Man kann die übersehen. Wenn man mit dem guckt. Hä? Belohnung. Quest abgeschlossen. Okay. Belohnung 20. Bekanntheit 40. Acht ist grün. Das bedeutet in grün schon wieder. Was bedeutet das denn? Ach, grün. Level 8 last. Nee. Acht Erfahrungspunkte. Und keine Großtaten. Okay, ich schätze mal Großtaten. Das sind Taten, die groß sind. Naja, also die nicht groß sind, sondern so lebensrettende Entscheidungen, wie zum Beispiel. Töte ich den und lasse ich den dann leben. Ich schätze mal, das sind Großtaten. Alle Taten, die wirklich was beeilen. Achso, ich kann es dürfen. Tim. Tim. Hm. Cool. Ich habe meine erste Quest erledigt. Cool. Nice. Okay. Und dann kann ich hier jetzt gucken. Ah. Cool. Na, Kampfgefunk. Nice. Cool. Zwei habe ich schon erledigt. Hm. Cool. Nicht übel. Nicht übel, oder? Nicht übel. Okay, gehen wir jetzt zurück. Helden-Gelde. Die Helden-Gelde wartet. Hero's Guild. Gut gemacht, Junge. Diese Käfer können eine echte Plage sein. Hier. Ich glaube, dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld verdient. Wenn ihr mehr Gold wollt, wendet euch an die Diener. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden. Es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. Möchte ich euer Kind hinter euch lassen und das Lehrling zu beginnen? Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Nach dem Kampf gegen die Käfer seht ihr müde aus. Ach so, okay, das war's jetzt. Wir haben ja alles gemacht, ne? Oh. Ach so, jetzt können wir unsere Kinder endgültigen. Wir haben schon alle Nebenquests gemacht. Alle Gewinnpunktchen erfüllt. Weg mit den... Ist hier hinten noch was? Können wir doch mal ganz kurz gucken. Nach dem Kampf gegen die Käfer seht ihr müde aus. Na ja. Weil das ja jetzt so ein einschlagender... Jetzt sozusagen ja der erste Story-Moment ist. Der erste... Mit... Also mit Konsequenzen natürlich nicht, weil man... Wenn man... Dann wird ja... Ich hab mal ne Idee, was wir noch machen können. Ich möchte doch mal, ähm, zum Dämonen-Ding. Vielleicht komm ich da jetzt rein. Aber es ist ne schöne Welt. Also mir gefällt die Welt. Es ist ein nettes Spiel. Eigentlich Tätowieren bedeutet... Ja, danke. Was bedeutet Tätowierung? Oh, Leute. Oh, wie ich sowas manchmal nicht mag, ne? Lasst mich das doch durchlesen. Och, Mensch. Ich mag das nicht. Oder dann... Der überlayert hast du drückt. Und das war auch okay. Hallo? Eigentlich das... Nee, das kann ich nicht kaputt machen, ne? Nee. Nein, kann nur üben. Okay. Noch ein Apfel. Ah, da werden auch noch Äpfel. Okay. Euer Weg ist dunkel. Nur Licht offenbart ihn. Und ihr seid nicht helle genug. Oh, oh, hier ist eine Tour. Tour ist verschlossen. Ihr braucht 20 Schlüssel, um die zu öffnen. Oh, nee, ist klar. Klar. Ich brauch auch immer 10 Schlüssel, um meine Tür zu öffnen, ne? Wenn ich meine Wohnung will. 20 Schlüssel. Klar. Logisch. 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 Sowas ist logisch. Ja, ja. Klar. So, ah, wie viel? Fuck. Ich muss noch 120 Schlüssel mitnehmen. Ich muss noch mal ein Auto aufmachen. Ah, wie geil. Und dann weiter 200 um ihn zu starten. Ah, schön. Nach dem Kampf gegen die Käfer seht ihr müde aus. Eure Ausbildung wird in Kürze beginnen. Viele harte Jahre der Aufgaben und Vorbereitungen liegen vor euch. Leben ist Schmerz. Los geht's. Kindertöne und Klasse. Die Gilde war jetzt das Leben des Jungen. Immer noch brannten die Flammen von Orgwell in seinen Gedanken. Aber bald dachte er nur noch an sein Training. Und mit jedem Jahr das Verstrich wurde er stärker und beweglicher. Seine Tage waren angefüllt mit harten Übungen. Nachts studierte er in der Bücherei. Schließlich war er bereit, Gilde-Lehrling zu werden, wie Mace es vorgesehen hatte. Jetzt sollte die wirkliche Ausbildung beginnen.